Alexander Zverev bei den French Open – Kühl und Fokussiert – Artikel Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den French Open dieses Jahres erneut seine Ausnahmestellung im Welttennis unter Beweis gestellt. Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist er bis in die Viertelfinalrunde vorgedrungen, wo er auf das dänische Talent Holger Rune traf. Beide Spieler lieferten sich ein hochklassiges Match, das die Zuschauer sowohl im Stadion als auch vor den Bildschirmen weltweit fesselte. Zverev, der im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung pausieren musste, schien entschlossener denn je, seinen Titelanspruch in Roland Garros zu untermauern. Seine Rückkehr auf den Sandplatz wurde von vielen Experten mit Spannung erwartet und der 26-jährige enttäuschte nicht. Bereits in den vorhergegangenen Runden zeigte er seine ganze Klasse, indem er unter anderem den Italiener Yannick Sinner und den französischen Publikumsliebling Gael Monfils besiegte. Gegen Holger Rune, der als einer der vielversprechendsten Nachwuchsspieler gilt, musste Zverev jedoch alles geben. Der 20-jährige Däne hatte sich ebenfalls eindrucksvoll bis in die Runde der letzten acht vorgespielt und dabei Spieler wie die Weltranglisten ersten Daniel Medvedev und Stefanos Tsitsipas regelrecht vom Platz gefegt. Doch gegen die Abgeklärtheit und Erfahrung von Alexander Zverev konnte Rune letztlich nicht bestehen. Das Match zwischen Zverev und Rune war geprägt von intensiven Ballwechseln und spektakulären Schlägen. Zverev zeigte von Beginn an, dass er mental und körperlich in hervorragender Verfassung ist. Seine Aufschlagspiele liefen reibungslos und auch in den langen Grundlinienduellen behielt er meist die Oberhand. Rune hingegen versuchte mit seiner aggressiven Spielweise Zverev unter Druck zu setzen, was ihm auch zeitweise gelang. Doch immer wieder fand Zverev eine Antwort und drehte das Spiel zu seinen Gunsten. Im ersten Satz sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit für Zverev aus. Dank seines dominanten Aufschlags und präziser Grundschläge konnte er sich schnell einen Vorsprung erarbeiten und den Satz mit 6-3 für sich entscheiden. Im zweiten Satz zeigte Rune jedoch, warum er als aufstrebender Star gilt. Mit druckvollen Schlägen und Mut zum Risiko brachte er Zverev mehrfach in Bedrängnis und sicherte sich den Satz mit 7-5. Doch Zverev ließ sich davon nicht beiirren. In den entscheidenden Momenten behielt er die Nerven und nutzte seine Erfahrung aus. Der dritte und vierte Satz verliefen wieder mehr nach Zverevs Geschmack. Er konnte sein Spiel stabilisieren und Runes Fehler mit kühler Selbstverständlichkeit ausnutzen. Schließlich gewandt Zverev das Match mit 6-3, 5-7, 6-of-4 und 6-3 und zog verdient ins Halbfinale ein. Zverevs Erfolgsgeheimnis liegt nicht nur in seinem technischen Können, sondern auch in seiner mentalen Stärke. Trotz des enormen Drucks, der auf ihm lastet, zeigt er in entscheidenden Momenten immer wieder, dass er die Nerven bewahren und konzentriert bleiben kann. Diese Fähigkeit hat ihm in seiner bisherigen Karriere bereits viele Siege eingebracht und wird ihm auch weiterhin von großem Nutzen sein. Ein weiterer Faktor für Zverevs Erfolg ist die Unterstützung durch sein Team. Unter der Leitung von Trainer Sergi Bruguera, einem ehemaligen French Open-Gewinner, hat sich Zverevs Spiel noch einmal weiterentwickelt. Bruguera hat ihm insbesondere im taktischen Bereich neue Impulse gegeben, die sich auf dem Platz deutlich bemerkbar machen. Mit dem Einzug ins Halbfinale der French Open ist Alexander Zverev dem Traum vom ersten Grand Slam-Titel ein Stück näher gekommen. Die nächsten Gegner werden ihm jedoch nichts schenken und Zverev weiß, dass er weiterhin Höchstleistungen abrufen muss, um den Pokal letztlich in die Höhe stemmen zu können. Die Tenniswelt wird also gespannt verfolgen, wie der weitere Verlauf des Turniers für Zverev aussehen wird. Anita Farke, Dienstag, 4. Juni 24.